Okay, na mal trinken zwischendurch, dann geht der Kältungswahn weg, für zwei Minuten. Hmm, und einen anderen Weg gab es glaube ich nicht. Hmm, glaube ich nicht, okay, nein, das wird ja ein Spass. Das wird ja ein Spass. So, einen schon mal weg. Okay, das war schlecht. Du, okay, zum Glück konnte er ja keinen Schaden machen. Wow, ich unterschätze immer die Reichweite oder überschätze. Nein, überschätzen wohl eher. Und wir haben jetzt schon kein Estus mehr. Ja, okay, vergiss das. Ich hoffe, wir kommen bald mehr. Denn nur drei Stück. Toll. Weil kein Wunder ist das hier, der schwerste Teil. Angeblich. Weil man nur drei Estus hat. So. Das ist ja ganz toll. Statt die Gegner schwer zu machen, machen wir es so schwerer. Ich verstehe schon. Auf die faule Art. So. So. Okay. Würdest du bitte treffen? Dankeschön. So. Na, einfach nur abwarten. Und besser spielen. Dann geht das schon. Und man bekommt dann auch mehr. Nicht schreien. Halt's Maul. Mann, was willst du? Was ist das jetzt? Gut. Dann kommst du noch. Wir seltenst du den anderen. Keiner bleibt zurück. Keiner bleibt zurück. Stirb. Und du auch. Und da habe ich einen übersehen. Oh, das sieht echt aus wie Leichen. Huch. Hey, wo kommst du denn her? Mann. Hör auf zu. Überraschend zu sein. Toll. Na, bestimmt von da oben. Bestimmt von hier. So. Hey, da ist er sauer. Tschüss. 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 Hm. Na, hat schon darauf gewartet. So, die Typen hier haben ihn so sehr genervt und angequatscht. Da hat er schon darauf gebrannt, dass er genau genauer ist. Okay, da wäre eine Tür. Aber ich schätze mal, das können wir nicht öffnen. Und da unten wäre nur Loot. Aber ich glaube, es ist nur von diesen Typen. Okay, und da oben war soweit nichts mehr. Na, bitte bleib da. Okay. Hm, hm, hm. So. Schön, dass ich dich getroffen. Na, bin ich aber froh. Jetzt komm du ran. Na, los. Na, komm der raus. Dann kann ich dich anvisieren. So, tschüss. So, tschüss. Rüstung eines Deserteurs. Okay. Ist zwar nichts für mich, aber besserer Schutz ist immer gut. Aber dafür sollte ich hier mal, äh, das hier mit Belastbarkeit trainieren. Na, mal schauen, was ich als nächstes tue. Das weiss ich noch nicht. Aber jetzt erstmal hier weiter. Wir müssen mal dieses Gebiet schaffen. Dann schauen wir weiter. Ach, stimmt. Jetzt kommt der. Hm. Hui. Ja, toll. Kannst du den bitte verbrennen? Das wäre nett. Danke. Dankeschön. Echt freundlich von dir. Nein, da kommen noch zwei. Da kommen noch zwei. Brenn sie. Brenn sie nieder. Na, los. Danke. Du bist mein bester Freund. Der einzige in dieser verdammten Welt. Nein, da lebt noch einer. Da lebt noch einer und der will mich. Gut. Cool. Okay, aber ist jetzt einmal... Autsch. Ist jetzt einmal, das tut weh. Ist jetzt einmal, kann die Tür da nicht öffnen. Diesmal meine Vermutung. Gut, jetzt aber schnell. Uh, der schwingt da rüber. Das wäre nicht nett gewesen. Okay. Ja, machen wir mal. Gut. Und diesen Ritter. Ich glaube, wir machen den jetzt mit Magie. Dafür habe ich es, ja. Dafür habe ich es. Okay, versuchen wir es. Wir müssen diesen Typen da überwinden. Wir müssen. So. Und schon wieder solarmarschig. Ach, warum? Es wird es echt ätzend, das ganze Spiel über. Wenn der zwei Sekunden nach dem Drücken erst die Rolle macht. Oh, widersetzende. Meine Fresse. Okay. Dann halt nochmal. Mal. Mal. Es macht es so sehr Spaß, den Lachengegner nochmal zu töten. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Geh weg. Geh doch aus dem Weg. Hallo. Schnauze höher. Moment. Da kommt noch einer. So. Tschüss. Wo bist du? Lass ihn verlaufen. Alles klar. So. Tschüss. So. Dann bin ich jetzt alle töten. Versehen. Gut. Dann haben wir mehr, wenn wir zurückkehren. So. Gut. Und dann müssen wir nicht von hinten kommen. Und angreifen. So. Noch eins. Okay. Funktioniert nicht. Die Kiste ist im Weg. Das heißt, lasst abwarten. Und dann können wir angreifen. Alles klar. So. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Nächstes Mal abwarten, bis der weg geht. Neuer Versuch. Lauf schön nach hinten. Toll. Dass du jetzt so angreifst. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Roll doch nach hinten. Ja. Neuer Versuch. Mach sie alle platt. Da kommen ein paar. Gut so. Neuer Versuch. Wenigstens einer, der mir hilft. Dankeschön. Ja, da kommt noch einer. Sind alle viel zu lahmarschig. Hat den Einsatz verpasst. Hallo, dann Einsatz los. Gut. So, damit ist jetzt auch weg. Und wie sieht es hier aus. Ach man, wir sind verarschen. Die Flamme war weiter oben. Komische Hip-Hop-Simon. So, jetzt aber nochmal. Und diesmal wirklich. Na, ganz ruhig. Bin ja schon weg. So, nimm das. Gut. Hm. Der hat eine größere Reichweite als ich. Das finde ich nicht fair. So, nimm das. Ja, wow. Dieser Sprung. Ernsthaft. Was war das denn jetzt wieder? Rollen, rollen, rollen. Keine Ausdauer. Stier. He, 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 he. Okay, sind das hier die gefallen? Ein Ritter? Ja, die sind gefallen. Aber deswegen heißen die so. Bitte nicht rumdrehen. Okay. Und du, stirb. So. Na, wir haben jetzt schon kein Estus mehr. Na, das wird echt ein Scheiß. Erstmal hier alles säubern. Gut. So, stirb. 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 Okay, die Hitbox ist echt dämlich hier. Manchmal. Wirklich dämlich. Dass der über diesen Typen da hindurchschlägt. Ach, natürlich. Nichts lässt sich öffnen hier. Okay, wie magst du, dass der sich umdreht? Ich erwarte das jeden Moment. Dass der so schlau ist und sich umdreht. Steht sich hier einer. Da ist niemand. Okay, bist doch ein Gegner. So, kurz wie ein NPC-Haus. Hätte sein können. Wurfmesser. Schön. Das ist aber nett. So, da kommt hier noch einer. Da kommen jetzt hier Asassinen-Typen. Wow. Das klappt einfach nie. Das klappt einfach nie. Das finde ich nicht nett. Wer darf zu werfen? Das gibt bestimmt Blutung. Wetten. Ja, wie wohl? Schmeißen. Oder hat ihr was anderes vor? Hm. Ja, natürlich. Die Wurfmesser-Heinis. So, kurz weg. So. Huh. Okay. Ah, da ist noch einer hier. Der rumstampft. Okay. Jetzt können wir auch noch Assassinen. Alles klar. Ja, von dem wird in Licht getroffen werden. Der in Dora bestimmt auch Blutung. Jede Wette. Okay, ist denn hier eine Waffe versteckt? Das wäre schön. Oh, nee. Noch mehr nutzlose Brandbomben. Wo sollen wir hin? Okay, oben oder nach unten. Wo sollen wir hin? Oh, alles klar. Wir gehen hier hin. Cool. Nice. Okay, speichern. Speichern, speichern. So, das hätten wir. Schön. Nein, sollte zurückgehen. Die Seelefe brauchen. Die Seelefe brauchen. Turm auf der Mauer. Okay, alles klar. Sind auf irgendeinem Turm. Okay, wer ist denn Leute? So. Okay, was machen wir? Soll ich leveln? Das ist nur die Frage, was? Vitalität? Belastbarkeit? Dann könnte ich eine bessere Rüstung tragen. Ja, ich glaube, ich mache das mal. So. Ich will aufsteigen. Noch mehr. So, Belastbarkeit. Geht dann so hoch. Genau, wo es da war. Die rechte Waffe. Hm. Was soll ich da tun? Belastbarkeit für die Rüstung. Kondition für Ausdauer. Geht eigentlich noch. Vitalität. Wäre immer gut. Aber. Ja, mit mehr Rüstung. Würde es dann gehen. Mehr Schaden. Ja, und im Momentan ist Verteidigung niedrig. Okay, wir machen das. Hä? So, bestätigen zu. Aber ich ein zu wenig. Okay, und dann noch ein bisschen, na, aufzulabern. Okay, machen wir das andere auch noch voll. Wäre schade um die Seelen. Huch. So, 400. Schön. So. Schön, dass man immer willkommen ist. Richtig schön. So. Ja, bis dann. Okay, die Helebar, die kann wieder weg. Die ist irgendwie total rotz. Oder wir müssen erstmal, äh, mehr Geschicklichkeit oder so haben. Je nachdem. Äh, Lagerkiste. Wir müssen da noch ein bisschen abnehmen. Hm. Normal Stoß. Okay. Hm. Der hat ja mehr. Für die Langburgen habe ich ja, stimmt. Für Gewicht. okay so wissen hier das andere schwert ist es besser schon ein bisschen besser man kann ich auch so angreifen nicht mehr so dämlich nach vorne wie ein speer immerhin etwas okay alles klar aber das dauert und man ist langsam das könnte man so machen einmal so ausweichen und dann hoch interessant und das ist schon langsamer wissen hier 10 10 ok ach nee das ist nicht schlecht für den anfangen ich will mal testen ach stimmt ich wollte noch die rüstung kann ich ja die rüstung anziehen die hier das sind 40 prozent ok schon ein bisschen schwerer ok aber wenn ich das dann wegpacke sollte es wieder gehen einmal das weg packen und ok den angbogen mal weg so falls wir den drachen machen können wir da zu diesem turm leuchtfeuer gehen ok du gehst mal weg du gehst weg wie sieht es jetzt aus mit dem gewicht ist alles besser äh so wo steht das denn hier steht das hier steht nicht hier ach doch da belastung ok geht eigentlich ist noch nicht die hälfte ok belastbarkeit wäre nicht schlecht zum trainieren noch ein zwei level mehr oder drei oder vier ok ja so langsam wird's so langsam wird's ok also zu erinnern wir haben da beim drachen noch so eine tür und den hof zum looten wir haben da ein shortcut oder so etwas weiter hinten bei den kötern und dann direkt unter dem leuchtturm äh leuchtfeuer noch eine andere tür ok oh ein flammenhammer interessant und was es hier alles gibt und womit man alles gespoilert wird ist auch interessant richtig schön richtig schön und zwar so schön dass ich darauf verzichten könnte stimmt und da unten bei diesem typen ist auch noch etwas ah das habe ich jetzt nicht bedacht das habe ich jetzt nicht bedacht und ich glaube da geht es auch weiter wie es aussieht hier schon wieder zu Ende ach Mist wir müssen diesen typen nochmal machen außer der ist einmalig aber ich glaube nicht na toll ok diesen typen da ok geht nach draußen stimmt ja das da unten ok da geht es weiter bei dieser leiter ok wo na das ist der typ der greift bestimmt an und zwar so greift er an und auch so ach wir nur schauen wo dieser typ da hin ist wo steht der wo ist der hin oh komm wieder zurück oh genau unten war er alles klar und was macht er jetzt patrouilliert der hin und her hm ok was macht denn der hey geht der hier nur hin und her oder wie ok was macht der den ist ein komischer Kauz der hier hin und her spazieren geht was macht denn der jetzt ok du wartet hier wohl auf einen Spieler ah verstehe na gut solange der da bleibt soll mir recht sein ok dieser Fahnenangriff würde ich schon gerne mal schaffen wenigstens einmal hm hm ok wo ist denn hier der andere ist der da unten irgendwo hm ok 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 komm mal schön hier ran ha hat wieder nicht geklappt und es war so viel gerollt Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Toll war das. Okay, lassen wir es. Jetzt muss der erstmal weg. Den will ich nicht triggern. Geh schön nach draußen. Schön an der frischen Luft. Geh nach draußen spielen. So. Tschüss. Geil. Noch ein paar Wurfmesser. Okay. Doch, noch ein Versuch. Na, geht doch. Warum nicht gleich so? Tschüss. So. Ich habe doch nicht so eine Hellebaden, Heini. Darf ich das bei dir auch machen? Das wäre nett. Na, bleib schön da. Ha. Geil. Cool. Wir haben eine Hellebaden. Okay, toll. Habe es umsonst gekauft. Ganz toll. Aber es war schön erledigt. Besser als sich runter zu gehen und dann kommt angestürmt. Und dann hier so den langen Weg kämpfen. Dann nehme ich lieber den kürzeren Kampf. Okay. Ähm. Da sind schon wieder zwei Wege. Alles klar. Was ist denn hier? Ja, da sind die wieder. Und irgendwo wandert einer rum. Okay. Ja, da ist einer. Und er kommt. Alles klar. Hm. Ja, so geht das nicht. Ich wette, einer von denen verwandelt sich wieder. Das war bestimmt nicht der einzige. Okay. Das heißt, schnell töten. So. Ein Grund mehr, sie zu töten. Hör, wo kommt's hinten her? Okay. Oh, das ist so gut in diesem Glas da getarnt. Alles klar. Noch ein Angstwert. Schön. Du, 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 du. Hm. Eine Leiter. Okay. Gut, was ist auf der anderen Seite? Wo geht's da hin? Ah, wieder so viele Wege. Ich hasse das. Doch weiß ich nie, wohin zuerst. Und ich will nichts verpassen. Was haben wir denn hier weiter unten? Da gibt's ja auch noch zwei Wege. Ach du Scheiße, kann ich hier durch? Verschlossen. Ach, natürlich. Aber nicht von der anderen Seite. Okay, da fehlt ein Schlüssel. Na schön. Und was haben wir denn hier? Da versteckt sich einer. Da vorne versteckt sich einer. Der breitbeinige... ...Brandbombenschmeisser. Alles klar. Der Brandschonny. Tschüss. Wollt ihr, dass der das einsetzt? Ist echt nutzlos, die Brandbombe. Und da hat man's jetzt gesehen. Da ist man so leicht angreifbar. Deswegen mag ich die Bombe nicht. Tja, ja. Okay, da ist noch einer. Ich höre hier weh in Atmen. Ist der besoffen? Der ist besoffen, okay. Warte, ich helfe dir. Ich nirgte dich raus. So. Jetzt ist alles gut. Kettenbrecher. Okay, was ist das jetzt wieder? Kettenbrecher. Kettenbrecher. Ist das ne gute Waffe? 89. Okay, schon mal weniger Schaden. Schildspannter. Hiebstoß ist ein Dolch. Okay. Hat auch kein Blutungsschaden. Hm. Ein kleiner Schwert für Stoßangriffe. Die gehörte DEC-Klinge kann schwere Rüstungen durchschlagen und tödliche kritische Angriffe auswirren. Okay, das ist die Stärke. Fertigkeit Schildspalter. Ein sorgfältiger zielter Angriff mit einem großen Vorwärtsschritt. Du schlägst dem Schild des Gegners und verursacht direkten Schaden. Alles klar. Wird halt auch angenommen. Wie hat Führer einen normalen Angriff durch, um die Abwehr des Gegners von unten zu durchbrechen? Und dann einen schweren Angriff, um mit einem Ausfallschritt nach vorne einen Hieb nach oben auszuführen. Okay, interessant. Alles klar. Mal schauen, ob ich das hier auch gut nutzen kann. Wer hat man denn hier? Ist der über mir? Hm. Ah, wieder so viele Ecken, das gefällt mir nicht. Da kann man wieder von so vielen Ecken aus beanspringen. Und das hasse ich. Okay, aber hier ist alles ruhig. Keine Mistzau, die sowas vorhat. Gut. Und wie sind sie aus? Oh hey, wer sind da gefangen? Wer bist du denn? Hm. Tja. Okay, Frage. Nett, ja oder nein? Oder eher auch nicht aggressiv? Okay, das sind Typen in einer Zelle. Alles klar. Da fehlt der Schlüssel. Okay. 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 Schön. Aber hier ist noch etwas. Gut, dann müssen wir hier nach oben gehen. Da gibt es noch einen anderen Weg. Über die Dächer. Okay. Ist er ganz schön verwinkelt hier. So. So. Ja, wir müssen auch schon wieder einen Typen aus einer Zelle befreien. Hab man auch noch nie gesehen. Ist wohl hier ein Running Gag oder sowas. Oder Standard. Standard irgendwas. Okay, noch so ein Drache. Wie viele gibt es denn hier? Und wer hat den jetzt wieder getötet? Was ist denn hier los? Hm. Das gefällt mir nicht. Einerseits, dass so viele Drachen hier sind. Und andererseits, dass schon zwei tot sind. Das heißt, es muss irgendeiner sein, der dazu in der Lage ist. Und das gefällt mir nicht. So, sterben. Nein, der verwandelt sich. Stirb. Verdammt. So, ein Mist. Schnell ab nach oben. Tschüss. Da gehe ich weg. Ich hasse dieses Glipperzeug. Ich hasse dieses Glipperzeug. Na komm, ich habe Magie. Trau dir. Du Feigling. Okay, was du helles ist? Wie ist das Glipperzeug denn? Okay. Hat sich ausgeleuchtet. Die roten Augen. Kann ich den bitte anvisieren? Dankeschön. Uh, shit ist das schnell. Holy shit ist das schnell. Ach du Scheiße. Warum ist er so schnell? Okay, stirb. 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 Stirb, stirb, stirb. Okay, zwei Schüsse noch. Nur noch einer. Stirb. Puh. Okay, dann deswegen habe ich Magie mit. Genau in solchen Situationen. Glut und kleine Titanici. Aber schön. Ja, damit könnten wir mal eine Waffe ausrüsten. Aber dafür müssen wir erstmal eine richtige Waffe haben, die wir... ...in unser Sortiment mitnehmen und einpacken. Unbedingt nutzen wollen. Tja. Wir sind alle tot. Wir sind aggressives Vieh. Oh, alles klar. Komm schön ran. Geil. So, Kruder Edelstein. Keine Titanitscherbe oder sowas. Großzöle eines verlorenen Leichennams. Oh, der ist verloren. Ach du Scheiße, was läuft denn da oben? Und was sind die alle tot? Okay, ein Henker. Ja, was zum Henker. Okay, toll. Hat die alle erledigt. Das war einerseits schön, aber andererseits auch nicht. Das heißt, der hat was drauf. Hm. Okay, äh. Ah, hier. Wollte schon fragen, wie geht es jetzt weiter? Ach du Scheiße, okay. Ich habe das Gefühl, dieser Typ da kommt gleich. Ha, das wird mir Spaß. Okay, ein bisschen Mana hätten wir noch. Da ist nichts versteckt, okay. Hm. Okay, wollte schon sagen, man hört es an den Stampfen bis hier oben. Du mieser Sau. Nichts da. Na warte, du Penner. Und hier noch ein Hinterhalt. Na, das sind wir alle drei. Schön. Schön brüderlich miteinander gestorben. Auch wenn wir keine Brüder sind. So, hört auf, wenn es mal die Tasse aufgefüllt. So schön war das. Vielleicht noch einmal zusammen trinken und dann... ...wird wieder verkloppt. Und diesmal ohne, dass ich sterbe. Ich dachte schon, der hätte ihn jetzt hier getriggert. Ich dachte schon, aber er hat mir die Tür nicht gefunden. Ja, das kennt ihr. Das kennt ihr bei Riesen. Ach, er macht schon wieder keinen... ...macht er schon wieder nicht. So, stirb. Okay, wie schneidet er denn an? Ich werde jetzt nämlich verraschen. Okay, da nach unten müssen wir nicht. Das heißt, der ist egal. Hier, was sonst nix mehr? Gut. So, stirb. Ach, von da kam er her. Na gut, genauso wie die Andorne. Alles klar. Das machen die gerne. So, tschüss. Na, hab schon verstanden. Erst jetzt. Okay, das war irgendein Nuggetei da oben. Der sich verwandelt. Irgendeiner von denen. So, schnell. Ah, der, der aufsteht. So, stirb. Gut. Gut. Gut, da alle sterben. Bevor das Virus rübergeht. Einen anderen Wirt sucht. Gut. Alle erledigt. Und ich glaube, da kam dann keiner mehr. Und keiner hat Loot. Schade. Okay. Na dann. Gehen wir so runter. Das spart Zeit. Oh, der bleibt doch schön da. Ne, doch nicht. Wollte schon sagen. Wie die feige Sau, die er ist. Bleibt der. Bleibt der da. Wieder. Erkältungswohn. Ah, toll. Einmal zurück. Wow. Speedig und zahle. Alles klar. Tschüss. Wieder ein hinterher sprintet. Alles klar. Okay. Ähm. Da ist noch eine Leiter. Hm. Toll noch mehr Brandpomben. Ernsthaft. Warum nichts Gescheites. Hm. Okay. Von oben. Kommt einer von oben. Ach, ne. Da kommt wieder so einer. Und da hat ein Speer. Okay. Das wird übel. Hm. Okay. Will er sich hinsetzen? Nee, der kommt hierher. Was macht er jetzt? Geht zurück. Okay. Tja. Hm. Aber wir könnten theoretisch rausloggen. Und dann hier mit Fall. Aber. Ja, so wie ich mich kenne. Wird das nicht klappen. Und dann gibt es nur aufs Maul. Also lass dich es lieber. Hm. Oh. Hey. Was geht ab? Ah, da gehe ich weg. Okay. Den habe ich nicht getriggert. Gut. Jetzt aber schnell weg. Hier war nichts los. Der ist noch hingefallen. Zu viel gesoffen. Okay, gut. Ich schaffe es eigentlich zu ihm hin. Schade. Das klappt nicht. So, dann gehe ich weg. Tschüss. Ich wollte es nur mal versuchen. Okay. Kommt der da jetzt rein? Ja, du bist ja da. Schön. Ha. Okay, es hat geklappt. Schön. Jetzt mal saufen. Direkt vor ihm. Moment. Hm. Okay, okay, okay. Ja, es klappt so nicht. Mann, du scheiß Typ. Stier. So, jetzt schnell die Leiter hoch. Schnell. Okay, es hat geklappt. Hat aber ganz schön Aue gemacht. So, gehen wir mal so hin. Na los. Das war wohl zu früh. Na, jetzt bleibt er da. Shit. Und jetzt bin ich hier gefangen. Also nicht so toll. Okay, Pfahl ist weg. Schön. Hm. Ich bin noch da. Hallo, siehst du mein Fuß? Okay. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Hm. Geh doch mal zurück. Schade, kann ich es auch nicht nutzen. Okay, wir machen es so. He, 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 he. Na, komm mal schön hier ran. Komm mal rum. Genau so. Genau so. Perfekt. Ha. Geil. Es hat geklappt. Nein, es hat ja kein Lut. Ist das Läger leer? Toll, der hat gar nichts. Total pleite. Okay, am Brust. Na, ich sehe auch mehr. Oh. Hm, schöner Lut. Okay. Haben wir irgendwas zum Lesen? Was Interessantes? Nö. Okay, wir kommen dem Henkel immer näher. Das gefällt mir nicht. Hm. Na, es wird ein Spaß. Alles klar. Okay, ich hätte eher gedacht, dass der in der Vase rausspringt und angreift. Untotenjäger-Amulett. Hört sich nach online an. Wie ist es das? Zu Untotenjäger genutztes Werkzeug. Blockiert bedingt die Essos-Regeneration in einem begrenzten Bereich. Okay, PvP-Zeug. Eins von Läueds Ritter-Klerikern für ihre Untotenjagden genutzt. Auch oder falls ein Boss oder sowas heilt. Okay. Obwohl ein Allvater, Läueds, längst vom Weißen Pfad vergessen ist, leben seine Jagden doch weiter und mit diesem Talisman können Untote bekämpft werden, ohne dass deren Regeneration gefürchtet werden muss. Okay. Okay, weißt du was? Packen wir das mal da rein. Denn es hält sich so an, und es wird da später kommen. Solche Gegner. Diese Regenerion. Jetzt nur die Frage, ob als Boss oder sonstige Gegner. Tja. Die große Frage. Tschüss. Schön. Und ist da hier noch einer am Rumklettern? Ja, nein. Ich höre da noch welche atmen. Hab ich's doch gewusst. Da war noch einer. Ja, okay. Also wenn ich das aufhebe. Hab ich's schon geahnt. Dass hier so eine Falle ist. Okay, das hätten wir. Oder haben immer noch welche. Hm. Mhm. Ja.